Hallihallo Leute, willkommen zurück zur 14. Folge hier bei uns auf unserem New Reardor Season 3 Server. Drei Wochen ist es her, seitdem ich die letzte Aufnahme gestartet habe. Meine Klausuren sind jetzt alle um. Es ist heute Mittwoch, ich habe die letzte Klausur gestern geschrieben. Die letzten Tage ist alles soweit ganz gut verlaufen. Alle Klausuren bis auf eine waren eigentlich ganz okay. Ich denke mal, das wird alles bestanden sein. Und jetzt beginnen für mich endlich auch die Semesterferien. Das heißt, ich habe jetzt von Mittwoch an bis ungefähr Mitte Oktober erstmal keine Uni mehr, keine Prüfung. Muss mich nochmal mit ein paar Sachen beschäftigen, die ich nächstes Semester wählen kann. Ansonsten bin ich aber durch. Die Semesterferien sind bei mir auch nicht wirklich vollgepackt. Das heißt, ich habe viel, viel Zeit zu spielen. Diese Woche muss ich nochmal ein paar Sachen nachholen, die ich die Woche nicht geschafft habe. Dann habe ich am Freitag, also heute, wenn du jetzt das Video siehst, Geburtstag. Dementsprechend werde ich auch den Freitag und den Samstag größtenteils mit Freunden und Familie verbringen. Ich werde hier und da ein wenig feiern. Oder ansonsten wird, denke ich, viel Zeit hier drauf gehen, endlich auf dem Server weiter zu spielen. Und genau das habe ich gestern Abend schon gemacht. Ich war fleißig, wollte hier auf dem Server einige Projekte zu Ende bringen, beziehungsweise voranbringen. Denn wir haben einiges zu tun gehabt. Und zwar steht die Mauer noch aus. Die Mauer ist noch nicht ansatzweise fertig. Und das zweite Projekt, was ich gestern zum Glück beenden konnte, war das Ausleuchten der Basis. Ich habe jetzt den ganzen Swamp-Bereich, also von hier vorne bis hier hinten, den ganzen Bereich, jetzt nochmal wirklich sehr, sehr gut ausgeleuchtet. Ich denke, dass keinerlei Monster mehr hier spawnen können. Das heißt, unsere Basis ist ab diesem Punkt offiziell in Anführungszeichen komplett spawn-proof. Das heißt, keine anderen Monster können hier in der Basis spawnen. Und wir sollten selbst nachts hier sich herumlaufen können und gleichzeitig vielleicht was spawnen können, ohne dass wir jedes Mal darauf achten müssen, dass hinter uns nicht ein Creeper alles in die Luft jagt. Ansonsten habe ich gestern Abend noch einen Film geguckt und dabei an der Mauer weitergearbeitet. Und ich bin auch ein ganz schön Stückchen weitergekommen. So weit, dass sie fertig ist, leider noch nicht. Ich fliege jetzt mal hier eine kleine Kurve entlang, sodass wir uns das anschauen können. Und ihr seht, wenn wir hier entlang gleiten, dass hier vorne das fertige Mauerstück ist. Und die restliche Mauer einmal ringsherum habe ich einmal fertiggestellt. Das heißt, wir haben überall hier kleine Lücken in der Mauer, auch im oberen Teil. Und das habe ich schon einmal komplett um die ganze Mauer ringsherum gemacht. Ihr seht, die Felder habe ich auch schon angelegt. Das ist ein Prozess, der überraschend lange dauert, denn ich brauche viel Glowstone, viel Eis dafür, um das hier alles zu bauen. Und ihr seht, davon habe ich ungefähr erst ein Drittel geschafft. Ansonsten ist die Mauer aber hier vom optischen Design mit den Lücken einmal ringsherum komplett fertiggestellt. Das heißt, wir müssen jetzt theoretisch die ganze Mauer einmal mit Wasser versorgen, ausleuchten und dann bepflanzen. Und genau dazu haben wir ein kleines Geschenk bekommen in der Zeit, wo ich hier auf dem Server nicht aktiv war. Und zwar war Christia super nett, super fleißig. Hat von mir gehört, dass ich sehr, sehr viele verschiedene Seeds brauche und diese noch nicht habe. Und genau deshalb hat sie uns ein kleines Geschenk vorbeigebracht. Und zwar super viele Seeds, die wir jetzt gleich auf dem bisher fertigen Stück der Mauer pflanzen können. Und die restliche Mauer, denke ich mal, werde ich zwischendurch weiter fortsetzen. Denn aktuell fehlen mir einfach die Materialien wie Glowstone, um gelügend Licht für die Mauer zu haben. Dementsprechend müssen wir da noch ein wenig warten, bis unsere Witch Farm genügend Materialien zusammengesammelt hat. Ansonsten seht ihr auch hier an dieser Stelle einmal, dass die beiden Karten verschwunden sind. Denn zwischen der letzten Folge und dieser Folge hatte ich massive Probleme mit Frame-Einbrüchen. Wenn ihr hier so seht, ich habe meine Frames hier auf 120 maximal eingestellt, weil ich nur ein 60 FPS Bildschirm habe. Und das Problem war, dass immer wenn ich in die Richtung dieses Gebäudes geguckt habe, Frames nur noch von 20 bis 30 Stück hatte. Und das hatten auch einige andere Mitspieler. Irgendjemand ist dann auf die Idee gekommen, mal die Karten zu löschen, beziehungsweise von der Wand abzunehmen, auch in unserem Trading District. Und das Problem war gelöst. Das Problem ist, dass alte Maps, die in der Beta-Version, beziehungsweise in der Snapshot-Version, auf der wir hier den Server gestartet haben, erstellt wurden, für massive Lagsungen. Keine Ahnung warum. Das heißt für uns, wir müssen auf jeden Fall alle Maps nochmal neu erstellen. Und dann sollte das Lag-Problem auch behoben sein. Ich würde sagen, ich gehe jetzt mal hier rüber zur Mauer und starte mal, damit diese mit verschiedenen Seeds zu bepflanzen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Bis zum nächsten Mal. Ihr habt es gesehen, wir haben das ganze Getreide angepflanzt, wir haben noch ein paar Seeds übrig und wir sind jetzt bis zu dem Stück gekommen, wo ich auch alles vorbereiten konnte. Weiter geht es, wie gesagt, in der nächsten, übernächsten oder überübernächsten Folge, wenn ich mehr Glowstone habe, um hier alles fertig zu stellen. Außerdem sind fast alle Seeds verbraucht, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein paar, die wir sammeln müssen, bis wir die ganze Mauer hier ringsherum einmal bepflanzen können. Das Wachsen dauert hier auch recht lange. Ich habe euch das gerade mal versucht, im Zeitraffer ein wenig zu zeigen. Das waren jetzt ungefähr 40 Minuten, glaube ich, und so viel ist da noch nicht gewachsen. Vor allem, wenn man weiter nach hinten geht, erkennt man auch dort die Bereiche, wo die Chunks nicht geladen wurden, dass dort das Getreide natürlich nicht weiter gewachsen ist. Ich denke mal, wir lassen das jetzt einfach mal über die nächsten Tage, Folgen, hier weiter wachsen. Ich werde mich ja hier in der Base viel auffalten. Dementsprechend wird das Getreide hier weiter wachsen. Von der Optik gefällt mir das, wie gesagt, sehr, sehr gut, wenn man jetzt hier schon einmal komplett an der Seite, in Anführungszeichen, entlang fliegt. Kann man schon sehen, wie das nachher aussieht. Man kommt dann hier entlang und dann ist hier wirklich alles wunderbar schön grün und vor allem in der Nacht leuchtet die ganze Basis von innen super hell. Sieht sehr, sehr cool aus, vor allem, wenn man den Kontrast zu draußen hat. Was wir jetzt noch machen wollen, ist eigentlich nichts mehr viel Besonderes. Wir wollen ein paar Kleinigkeiten zu Ende bringen, damit wir ab nächster Folge die relativ großen nächsten Projekte starten können. Die eine Kleinigkeit, die hier wäre, wäre auf jeden Fall einmal der Beacon. Wir haben bisher nur einen Beacon. Ich wollte vier Stück insgesamt bauen. Dementsprechend fehlen uns noch drei Beacon. Eisen sollten wir mittlerweile genug gefarmt haben. Mir fehlen jetzt noch hier die Beacon, die wir selber craften können oder kaufen können. Ich schaue gleich mal, wie wir das machen. Die möchte ich diagonal, also wenn wir von einer Seite hier rüber gehen, hier und hier und hier hinsetzen, sodass sie alle vier ein bisschen außerhalb der Mitte sind. Das heißt, dass wir einen größeren Bereich ausgeleuchtet haben. Und dadurch, dass es symmetrisch in alle Richtungen geht, werden wir dort einen relativ großen Bereich ausgeleuchtet haben, wo alle Effekte dann wirken. Ich würde sagen, ich suche mir jetzt erstmal das Eisen zusammen und wenn ich das habe, werde ich nochmal drei Beacons kaufen gehen und dann werden wir diese so platzieren, dass wir hier einen symmetrischen Abstand haben und das schauen wir uns gleich an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ihr seht's, wir waren fleißig, alle vier Beacon sind eingebaut. Die haben wir jetzt schön symmetrische 20 Blöcke von der Mitte hier überall angebracht, sodass wir vier Beacons haben, die unterschiedliche Effekte ausstrahlen. Beim Versuch erstmal ein Beacon selber zusammenzufahren, konntet ihr vorhin sehen, dass ich erstmal gestorben bin und dann bin ich noch ein zweites Mal gestorben, dieses Mal aber off-camera. Dabei wollte ich mich nach unten graben, was man natürlich nicht machen sollte, die erste Minecraft-Regel. Bin in Lava gefallen, konnte zwar aus der Lava wieder rauskommen, bin dann aber durch den Verbrennungsschaden gestorben. Die Materialien bzw. meine Ressourcen und Rüstungsteile konnte ich glücklicherweise wieder aufsammeln, somit ging das in Ordnung. Trotz allem habe ich zwei unnötige Tode gekriegt, dann habe ich einen Racer selber getötet und die anderen zwei Beacon gekauft, sodass wir hier jetzt unsere vier Beacons haben. Diese sind alle ganz unten angeschlossen, das können wir uns einmal angucken. Wie gesagt, symmetrisch von der Mitte weg und unten ist jetzt auch noch so viel Platz, dass wir dort ohne Probleme die Beacons erreichen können und den Effekt bzw. die Technik dort hinterher je nach Belieben ändern können. Wir können jetzt mal in eine der vier Richtungen reingehen und ihr seht, hier sind dann die Beacon und wenn wir wollen, können wir hier den Effekt recht einfach umstellen. Das Eisen schmeiße ich jetzt hier mal kurz wieder in den Wasserstrom rein, sodass das hier ins System kommt und dann gehen wir mal nach oben, dann können wir nämlich besprechen, was die nächsten Tage so an Folgen kommen wird bzw. dass ich nochmal eure Hilfe brauchen werde. Damit starten wir mal und zwar seht ihr, dass wir jetzt hier die Basis sehr, sehr schön aufgeräumt haben, alle Projekte bis auf die Mauer sind soweit abgeschlossen. Die Beacon haben ihre finalen Positionen erreicht und was ich mir jetzt hier für die Mitte unserer Basis wünschen würde, wäre eine Art Turm bzw. höheres Gebäude, was so bis 40, 45, 50 Blöcke hoch ist und von der Mitte hier mittig drüber hochgezogen werden soll und dazu würde ich gerne eure Hilfe haben. Ich habe selber schon mal ein wenig geschaut und das Problem, was ich aktuell habe, ist, dass wenn wir hier einen hohen Turm mit 40 Blöcken hinbauen, die Basis unten sehr, sehr dünn ausschaut und das Ganze nicht wirklich hier reinpasst. Vielleicht hat der eine, ein oder andere von euch eine Idee, was für einen Turm wir hier hinbauen können. Das soll nichts Modernes sein, das soll ungefähr in die Style-Technik, die wir hier auch so gebaut haben, mit Holz eher mittelalterlich reingehen und genau dazu haben wir ja den Discord-Server eingerechnet. Für diejenigen von euch, die noch nicht gejoint sind, ihr könnt das mal machen, ist alles kostenlos und dort werden wir eine Gruppe namens Wettbewerb einrichten und dort könnt ihr, bzw. nicht Wettbewerb oder Ideen, mal schauen, wie wir die nennen werden, dort könnt ihr dann Screenshots oder Ideen posten, wie so ein Turm aussehen soll. Vielleicht habt ihr beim YouTuber schon mal gesehen, was ihr ganz gut fandet. Wenn ihr eine Idee habt, postet das dort einmal rein. Als grobe Vorgabe, wie gesagt, es soll so 40, 50 Blöcke maximal hoch sein, es kann auch niedriger sein. Was wichtig wäre, ist, dass die Basis nicht breiter als 17x17 Blöcke breit ist, das heißt von der Mitte aus 8 Blöcke in jede Richtung. Und wenn man das so grob einhält und ihr ein paar tolle Ideen habt, postet das auf jeden Fall dort in die Gruppe. Das kann auch ein Link oder ein Screenshot sein, das reicht vollkommen. Ansonsten möchte ich euch nochmal ein wenig über den Ferien-Upload-Plan informieren. Die Grundidee ist es erstmal, dass wir wieder die zwei Videos die Woche beibehalten, das ist eine Folge New Reardor, Freitag 16.30 Uhr und dann eine Folge Tutorial dienstags um 16.30 Uhr. Und zusätzlich dazu sollen eventuell nochmal ein paar Bonus-Videos kommen, wie zum Beispiel IOSA's Visit, wo wir einige andere Spieler und andere Server besuchen werden. Und ansonsten wird es noch einige Serien und Folgen mit The Joke Craft geben. Wir haben uns ja mittlerweile schon relativ gut kennengelernt, haben Spaß zusammen da Sachen aufzunehmen. Und wenn alles geklappt hat, solltet ihr heute um 14.00 Uhr schon die erste Folge gesehen haben. Und zwar werden wir zusammen seinen Redstone-Freizeitpark etwas weiter bearbeiten. Die Besonderheit hier ist, dass die Videos nur minimal gecuttet sind. Dementsprechend sollte das alles recht interessant sein, ein bisschen Abwechslung zu den normalen Videos bieten und natürlich auch ein paar Bonus-Folgen sozusagen bieten. Wir werden jetzt erstmal diesen Freitag, Samstag, Sonntag, nächsten Freitag, Samstag, Sonntag die Bonus-Videos schalten. Mal schauen, wie die ankommen. Wenn euch das gefällt, würden wir natürlich dazu mehr produzieren. Ansonsten schauen wir mal weiter. Eventuell wird es auch den einen oder anderen Livestream geben. Dazu habe ich momentan Zeit und Lust. Wir müssen mal schauen. Eventuell werden wir mit Chris hier und den anderen hier auf dem Server was machen. Die sind ja auch recht fleißig am Stream. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ansonsten werden wir die nächsten Folgen und Wochen hier weiter bauen. Es fehlen viele Farben, die wir hier unbedingt noch hinsetzen wollen. Wir müssen natürlich hier unsere ganze Basis mit spannenden Gebäuden versorgen. Dementsprechend wird es hier einiges zu tun geben. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal entschuldigen, dass die letzten anderthalb Wochen keine Videos kamen. Jetzt gibt es wieder mehr Videos. Das sollte alles klappen. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal fürs Zusehen. Und wir sehen uns nächsten Freitag, 16.30 Uhr zur nächsten Folge hier auf New Iriador. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.